Einen wunderschönen guten Morgen. Zweimal ist noch nicht dreimal, aber auch nicht nur einmal. Heute treten wir eine kleine Tradition los. Im letzten Jahr, im Januar 2023, da habe ich hier zum Jahresauftakt meine drei Kalender-Ups vorgestellt. Kalender-Ups, die mich dann über das Jahr hinweg begleitet haben. Und heute, heute stelle ich die Terminplaner vor, die ich plane in diesem Jahr zu benutzen.